Hallo Leute, was geht ab und willkommen zum ersten Video von Revolutionär und was noch viel wichtiger ist, willkommen zum ersten Video von Vince Horror Bude. Und heute fängt es mal horös an, obwohl es gar nicht so horös ist, weil es ist ja so ein bisschen auf die Fresse, aber es ist doch ein Horrorspiel. Wir spielen nämlich heute Doom 3, die Big Fucking Gun Edition. Yeah! So einfach ist es, so einfach. Nicht schwierig, aber einfach. So, und ich sollte mal aufhören zu schreien, meine Stimme ein bisschen senken, weil es ist ein Horrorspiel, ein Horrorspiel, schrei doch nicht so viel. Niemand möchte so viel Schreis. Gut, ich bin der Wims, willkommen zu Wims Horror Bude zum ersten Video. Und ich würde mal sagen, bevor wir hier starten, das müssen wir, man muss ja beim ersten Mal ein bisschen was erklären, so dies, das, bam, bam. Und, ähm, ja, also erstmal Luft holen. Bisschen aufgeregt, so, oh, das hat der Video, oh, wir sind so doof. Ähm, ein bisschen Luft holen. Wir haben uns überlegt, ja, wir gehen so ein bisschen von Wims Racing weg, so, wir machen den Kanal nicht komplett tot. Ja, ist ja Quatsch, ja, der lebt noch. Ja, der ist bloß auf Pause. Es ist eine konstruktive, lange Pause. Ja, ganz einfach. Und, ich mache ja so eine Hangbewegung, ich denke, dass ihr jetzt so weiß, ob ihr es sehen könnt, aber ihr seht ja gar nichts. Und, also ihr seht das Bild, aber nicht mich. Also das Bild, nicht mich. Nicht das Bild von mir, sondern das Bild vom Spiel. Das Spielbild. Ja. Und, ähm, 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 äh, und da muss man ein bisschen was erklären, zu Wims Horrorbude, weil wir haben uns bei Revolutionär dem Kanal, haben wir gedacht, so, ja, wir machen Rubriken. Also jeder von, von dem, äh, von den Kanalmitgliedern, äh, äh, jeder von den Kanalmitgliedern, äh, äh, jeder von den Kanalmitgliedern, 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 noch einmal, jetzt aber, wir geht's weiter, hat eine neue Rubrik, hat eine eigene Rubrik gekriegt, die er jede Woche rausbringt. Meine ist die Wilms Horrorbude, super Name, ich weiß, Maul, äh, und wir spielen jeden Freitag um 18 Uhr Horrorspiele. Und, heute ist der erste Freitag, und es ist 18 Uhr, schätze ich mal, oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, äh, und, heute ist dran, das erste Horrorspiel, gleich mal, Klassiker, Doom 3, ja, viele, wenn es vielleicht kennen, viele auch nicht, und deswegen, wenn wir gleich mal auf neue Spiel klicken, und, ja, ich freu mich so ein bisschen, ich freu mich, ich freu mich, endlich, geht's weiter, hey, neue Spiel, äh, äh, oh, ich bin verfolgt, Doom 3, äh, äh, Albtraum, ach ne, gar nicht, ach, schade, ich wollte, ich wollte schon Albtraum spielen. Schade. Verdammt. Kann ich nicht. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Ja. Schön. Die Computerstimme war so leise. Kaum verstanden. Naja, egal. Ich will mich ja nicht aufregen, ja? Ich will mich ja nicht aufregen, ja? Ich will mich ja nicht aufregen. Ladevorgang. Yeah. Scannen wird geunpasst. Was ist, was ist? Wir sind bei 3.8.000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2.000. Bodenkontakt bei 2.6.9.7.2. Verstanden, Tower. Wir haben sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tauere euch ihr Darkstar am Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Keine Handtriebe. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzurollen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss, Bedruger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Keine Lippen-Sinko. Also, Lippen-Sinko ist ja nicht so wichtig. War einfach komplett nix sagen. So, und wir sind im Spiel. Die ersten paar Meter und wir können uns mal gleich umgucken. Ja, okay. Ah, aha. Spielt sich wie... Hey, wake up! Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang melden. Wenn du noch jemanden suchst, der dir hilft, dann geh einfach zum Empfang. Okay, ich stehe. So, dann gehen wir ein bisschen rum hier. Grafisch ist das natürlich kein, äh, optisches Highlight mehr. Ist ja auch klar. Wenn du dich einer interaktiven Computerschnittstelle näherst, senkst du automatisch irgendwas. Verdammt, ich war zu langsam. Kann ich nur mal rangehen? Ja, schön mal. Schön zu hören. Ich hab keine Ahnung, was ich mir machen kann. Aber ich geh mal weiter. Und, äh, grafisch ist das natürlich nicht mehr das Highlight. Ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Ja, aber wir wollen ja, wir wollen ja ein paar Klassiker spielen und ein bisschen auch balancieren üben. Nehmen Sie für eine schnelle Abwärmung direkt zum Empfang. Ich fliehe von diesem Felsen. Das sollten Sie auch. Oh, wir sollten nicht schnell fliehen, sagt er. Ich hab ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst habe ich da. So, da ist noch so ein Terminal. Dankeschön. Ja. Terminal. So. Das ist ja wunderschön gemacht. Einzuhalten. Das ist ja wirklich fürchterlich gemacht. Gesundheitswarnung. Grafisch hat es... Grafisch... Siegelkiste enthält... Maul. Enthält Maul. Ähm. So, ich wollte mal sagen, wir gehen mal hier runter. Können wir weg werden. Was? Können wir gehen... Rennen dagegen. Oh, ich hab's nicht mehr genau gelesen. Oh, das ist ärgerlich. Ich bin zu langsam beim Lesen. Oh. Ich glaube, da geht's nicht runter. Also geht's schon runter, aber... Nicht für uns. Nicht für uns. Hoch. Gehen die Treppe nicht hoch. Ähm. Ich sag zu oft, ähm. So, machen wir uns mal... Ähm. Tür auf. Bevor wir jetzt hier durchgehen. Wir wollen, äh... Diese meine Rubrik, jeder macht das ja selber, wie er will, wie er lustig ist, wie er Bock drauf hat. Und meine Rubrik soll ungefähr eine halbe Stunde dauern. Immer, äh. Und... Äh. Und wenn ihr sagt, so, wenn wir sagen, so, also ich oder ihr oder ihr oder ich oder wer oder Muttern, sagt, ey, das Spiel war voll geil, ja, das können wir echt jetzt playen, denn, sag ich mal so, ja, okay, könnten wir eine Folge, täglich eine Folge machen davon. Also sagen, mein richtiges jetzt Play. Und wenn ihr sagt, so, naja, das Spiel war ganz cool, aber gibt es schon bessere, denn dann gucken wir nächste Woche rein und können uns da anscheinend noch wieder. Also es wird so eine ganz entscheidensbiegsame, biegsame Sache. Ja. Und wir gucken weiter. Schönen Tag. Ich bin auf dem Mars. Ich muss dich bitten, für einen Bio-Scan auf eines der roten Vierecke zu treten. Es dauert nur eine Sekunde. Und was ist, wenn ich es nicht tue? Ich muss dich bitten, für einen Bio-Scan auf eines der roten Vierecke zu treten. You already said it. Wir kriechen drauf. Das reicht doch, oder? Okay, ich fang dann mal an. Okay, ich bin ein Zwerg. Ich bin ein Hobbit. Du musst still halten. Wenn du dich bewegst, dauert er fährst nur länger. Gut, der Bio-Scan sieht gut aus. Begabe teilt. Dankeschön. Immer wieder gerne Nacktscanner. Oh, greif mich nicht an. Sehr gefährlich hier. Nacktscanner sind auch schon an deutschen Maßeinheiten. An deutschen Maßeinrichtungen. Aber schön. Schön bist du. Hallo. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung. Informationstapel. Die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Gästen. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. Dazu gehört, sich nur in den freigegebenen Bereichen zu bewegen, stets wachsam zu bleiben und auf sich und andere Acht zu geben. Ah, sie brennen. Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt oder einfach nur eine Frage hat, kann sich an den nächstgelegenen UAC-Sicherheitsposten wenden. Sie sind hier, um zu helfen, egal um welches Problem es sich handelt. Unsere Station auf dem Mars bietet eine perfekte Mischung aus Arbeitsumfeld, Freizeitanlagen und sozialen Betreuungseinrichtungen für ein echtes Zuhause in der Fremde. Denken Sie daran, wenn Sie uns bei unseren bahnbrechenden Forschungen unterstützen, die das Leben jedes Einzelnen hier und im ganzen Sonnensystem verändert werden. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Personalleiter. Wenn Sie ein Gast sind, können Sie alle Anliegen Ihrer UAC-Verbindungsperson vortragen. Vielen Dank und einen angenehmen Tag. Dankeschön. Ich mag jetzt sowas immer. Ich höre mir sowas immer gerne an. Wenn Sie genau dieser Kurden-Depp, der sich das genau immer anguckt und denkt, dass da Funken gespielt sind. Ich dachte, der ist kaputt gegangen jetzt. Diese Nachricht wird einmal abgespielt. Danach nie wieder. Alter, das Bild gibt es wirklich, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Keine Ahnung, das war so ein Riesensünding. Wow, voll geil. Download. Egal was. Ey, ich will es downloaden. Ja, natürlich darf ich das nicht. Oh, ein bisschen cooler. Manche würden Horror erleben und keine Cola trinken. Aber eine Cola ist so toll. Aber Horror. Aber Cola. Aber Horror. Äh, Cola. Horror. Oh, doch Cola. Ah, ne, doch Horror. Cola! Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Dankeschön. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Alles klar. Jetzt haben wir doch einen PDA. Jetzt können wir uns auch downloaden. Name, Wilms Racing. Oh, das weiß ich ja auch. ID Nummer 3819x-22. Wenn hier Wilms Racing steht, ist es auch immer eine andere ID-Nummer. Wollte mich mal interessieren. Scheiße, meine Kommentare. So, privat. Ich spreche mit Sergeant Kelly im Marine Kommando Hauptquartier. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir unser erstes Ziel. Das ist schon mal eine Menge wert. Unsere Tasche liegt hier. Die bringt dann ins Quartier, hat er gesagt. Der Werte. Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für Ihr Verständnis. Okay, ich weiß, ich habe jetzt auch meinen PDA, den ich mir rauchen darf. Okay, gut. Der spielt gerade was. Was spielt sie denn? Angry Birds? Habt ihr noch nie gesehen? Bist wohl bei der neuen Abteilung, die nach uns sehen soll. Ja, das ist rassistisch übrigens. Ähm, naja. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach, wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Hm. Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was Ihnen noch mehr Geld einbringt. Ein Produkt. Keine Sorge. Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger. Warum haben so viele Arbeiter Angst, während sich beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht im Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger. Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Sworn, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Das ist ganz merkwürdig. Ich muss sagen, von den Gesichtsanimationstechnischen Krams-Ding-Bumm-Y-Don, er sieht wirklich gut aus. Die Augen sahen eigentlich auch ziemlich geil aus, muss man ja mal sagen. Eigentlich sahen die Augen, das sah schon ziemlich cool aus. Und auf einmal, weiß nicht, diese eckigen Köpfe und dann in der Mitte, über der Nase, diesen komischen Strich. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Hör mal, für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Ich kann dir hier nicht helfen. Geh zum Marine-Kommando. Die helfen dir. Wenn du jetzt nicht gehst, reißen sie uns beiden den Arsch auf. Der Synchronsprecher, warte mal. Kennt ihr den? Verdammt, Marine, mach, dass du wegkommst. Woher kenne ich den denn? Er ist aus irgendeinem Anime, oder? Aus irgendeinem Deutschen. Wenn du jetzt nicht gehst, reißen sie uns beiden den Arsch auf. Den kenne ich. Nee, nee, nee. Der ruhig ist... Verdammt, Marine, mach, dass du wegkommst. Wenn du jetzt nicht gehst, reißen sie uns beiden den Arsch auf. Alter, den kenne ich doch irgendwoher. Kennt... Alter, mir kommt der so bekannt vor. Wer ist das denn? Noch einmal, noch einmal hören, okay? Verdammt, Marine, mach, dass du wegkommst. Alter, ich kenne den, Uwe, ja. Der sagt mir was. Woher kenne ich den denn? Hm. Oh, hier knallt es gerade im Haus. Sehr gut. Oh, knallt. Drücken. Blau ist für mich jetzt schon ein Signalfahrer zum Drücken. Geht aber diesmal nicht. So. Toilette. Entschuldige. Entschuldige. Hab dich noch nie hier gesehen. Entschuldige. Du kannst nur für einen der Jungs, die wir verloren haben. Ich stehe sie in der Tür. Ja, ich laufe auch immer so drücken. Hier immer mit Arm hoch. Doch, ich will jetzt boxen, Alter. Naja. Ist das hier poste? Naja. Ich hab nichts gesagt. So. Ja, ein schönes, eine schöne Toilette. Immer eins, so, weiß ich nicht. So technisch. Naja. Gut. Ist ja auch Technik. Technik. Bei Technik fahren? Technik fahren. Ja, ich hab die Anzugtypen auch gesehen. Ich würd das hier gern schnell reparieren. Was dagegen? Nö, aber du bist guter nicht. Das Marine-Kommando ist gleich um die Ecke. Warum nervst du nicht dort? Oh, wie ist das hier ein bisschen schielend aus? Ach nee, Download brauchen wir nicht. Wir dürfen nicht rein. Hallo? 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 Hm, keiner. Achtung, Dr. Braddock, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly-Mail. Er ist in der Kommandozentrale. Danke. Hier ist die Leitung des Delta-Wissen-Tabletters. Ich will den Kleinen hier rekonfigurieren. Kann jetzt nicht reden. Naja, natürlich nicht. Danke. Hast du dich ein paar Befehle zu befreunden? Hey, die sind also unhilfisch hier. Ich will nur mit den Reden, damit ich nicht so viel reden muss. Ja, Maa ist kaputt. Mach ein Gerät. Was für ein Video? 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 Video? Was für ein Video? Wo kann ich das Video sehen? Nirgendwo. Na toll. Hier nicht. Naja, egal. Kein Video. So. Wir gehen jetzt immer weiter durch irgendwelche Technik-Labore. Das ist alles so verwirrend. Verwirrung. Oh Gott, was machen die da? Oh Gott, der blutet. Ich glaube, der ist tot. Es passiert nichts mehr. Lass den versetzten Mann dort liegen. Der kann warten. Der kann warten. Ich kann jetzt nicht aufhören. Das muss fertig werden. Ja, dann los. Für dir keine Zeit mehr. Geh zum Sarge. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich hatte aber gerade schon bei S. Holmes. Holmes. Ach, ich muss hier dann. Ach, ich muss hier. Ha. Gewieft. Ziel erfüllt. Das hat ja gedauert, Marie. Ich hab mich verlaufen. Nun, es geht um folgende. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Zähl dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Im Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rüh ihn nicht an. Los jetzt. Ja. Sehr gut. Also wir müssen jetzt laufen. Wenn ich's könnte, würde ich's machen. Wir folgen jetzt diesen kleinen Roboter, der übrigens sehr schön ist. Sehr schön animierter Roboter. Ich mag den jetzt schon. Mal jedenfalls Roboter. Roboterfreund, 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 Roboterfreund. freund roboter freund roboter freund ich möchte sammeln das gefühl dass hier nicht mehr lange so viel schönes ist so wir müssen jemand suchen der vermisst wird ja und natürlich der neue kümmern sich nicht auskennt hier wird der muss ein roboter freund folgen der irgendwo hingeht damit er auch wohl geht ja es ist ziemlich schön wenn die menschen die menschen der wir ziehen wird einst hört sich legitim an weil natürlich sie sind gerade angekommen ja muss muss verstellen jetzt mal vor du kommst gerade irgendwo an in einer in einer region die du nicht kennst ja und das erst was du hörst er ist zu lange gebraucht hat keine fehler befolgen du trottel und dann musst du so komischen roboter folgen 5 nein das war falsch das hier und das hier und das war falsch das ist eng sein müssen naja egal und da muss ein roboter folgen der dich zu so einem fahrstuhl bringt wenn ich in der gegenbring da wo du gar nicht hin willst ich meine what the fuck fahrstuhl los verlassen mars city lass uns zum venus city nein mars city und underground untergrund das gefühl hier unten ist nicht mehr so schön willkommen im verlies marie dem langweiligsten ort auf dem mars schnapp dir eine rüstung und sichere deine waffe dann geht's durch die sicherheitsschleuse ok nimm dein zeug so das haben wir genauso einsatz bereit testen wir kurz den funk was damit hallo ich springe ich mit der rechten maus dass die mars sicherheit funktest super gutes signal du bist hier gelegte kommunikationsanlage eingeteilt nimm den hauptkorridor durch die unterirdische verzweigung dann geradeaus du wirst kurz draußen sein und kannst dir die marsoberfläche ganz aus der nähe ansehen okay du bist bereit ja gut ist ja schöne gut aber da unten arbeiten zivilisten halte ich zurück umfang nicht an rumzuschießen schießen aber ich möchte hier hallo machen sie wieder auf ja bitte aufmachen hallo 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 ja ich hätte gerne noch meine ausrüstung 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 rüstung ausrüstung peng 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 ahn du penner ey okay geht's los auf los geht's los yeah schießen das geht ja wirklich ich habe nicht geschossen das war immer anders war ein monster das war ein monster hallo das war ich nicht das war ein monster geht's dir noch gut hallo geht's dir gut hallo wenn das jetzt wenn das die rtl sieht ich arbeite für ihn weiter äh ja hier alles heile und ja der arbeitet noch alles gut ich habe den jahren getötet naja gut welche der familie gerade schicken muss auch reichen ich kenne noch Zeiten da gab es keine karte du suchst den wissenschaftler richtig ich muss auch wenn alles abzutüren du hast mich erschreckt du penner schreck mich doch nicht so schreck mich nicht so scheiße hör auf fang mich an und zu schießen das habe ich schon tausendmal gemacht so schwer ist das denn schießen warum kriegst du da nicht mit deinem fetten Arsch hier runter mach dich selbst weil es mein Job ist dass du es tust mach die Kopplung fertig damit es weiter geht so und jetzt sind wir auch langsam in den Punkt eingekommen wo es dann wirklich mal gruselig wird und unser Horror unser Horror-Bude auch wirklich mal Zugang findet und ein PDA von ungen Typen schön 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 ich hoffe dass wenn ich jetzt in dieser etwas gedämpften Stimme rede dass es auch laut genug noch ist und nicht nur meine Katzen der Maus weil ich habe kein ich habe gerade kein Pad also hier kein Unternehm oh könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten ja Sir aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab lass die ausreden ich mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam was es braucht ich tue mein so ich fühle mich echt sicher mit seiner Waffe ich fühle mich sicher ohne Boden schleichen sie sich immer so ran hier unten sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge die hier vor sich gehen du seltsame Dinge nein ich kann das nicht nochmal du scheiße oh ich habe Angst ich habe Angst es ist dunkel hallo Licht nicht Alter da sitzt einer oh ich habe jetzt ist wieder alles gut ich habe mich beruhigt hey bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum beeil dich besser diese Passage führt nicht bis ganz dorthin eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse dein erstes Mal keine Sorge du hast genug Sauerstoff na gut so jetzt dürfen wir auf den Mars gehen habe ich gehört also ich meine wir sind auf dem Mars ich meine aber auf die Fläche ich meine aber auf die Fläche so ach ach jetzt hier druck auf auch jeder damit druckverhältnisse ausgewiesen sind und voila le Mars ist übrigens schön hier naja ok übrigens das war es schon das ist ja schon was ist tragisch was passiert ist oh Luft Luft geht alle oh oh ich habe noch 30 Sekunden schnell die Zubank oh Luft wieder geht so hallo hallo bisschen Blut bisschen Blut ist immer gut ein bisschen Blut ist immer gut was ist das denn Kassettenrekorder vielleicht das ist ziemlich komisch gemacht mit der Steuerung hier das finde ich nicht so gut hallo zieler füllt füllt so doom 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 jetzt wird es ein bisschen creepy nee bitte ich muss diese Nachricht absetzen sie müssen gewarnt werden solange noch Zeit ist ich kann doch nicht sie wissen nicht was ich sag sie können das unmöglich verstehen Der Teufel ist real. Ich... Ich brauch das einen Krieg. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das gibt's hier. Gott, steh uns bei. Also am Durchspringen? Oh. Hallo. Äh... Äh... Ey. Das gibt's wie der Mark und sie mehr. So. Neu von wo denn? Wo kommst du denn, du Penner? Der hat wirklich speichert. Hier saßen Felsen, jeden von einem unbekannten Feind angegriffen. Allemann zurück zum Hauptquartier und dort neu vermieden. Sehr gut. Geh zurück zur Sicherheitskonferenz. Sehr gut. Äh... Ein... Oh! Alter, du Arschloch. Du Arschloch. Zurück zum Hauptquartier und wartet auf Befehle. So, Oberfächer. So. Nachladen. Äh... Ich bin nicht nervös. Ich bin nicht nervös. Nervös? Ich doch nicht. Nervös? Ich doch nicht. Hier draußen ist alles gut. Hier draußen ist schön. Hier draußen ist toll. Hier draußen ist schön. Hier draußen ist super toll. Alles gut. Alles gut. Ja, Quatsch doch nicht so viel, Mann. Ja, komm. Okay, gut. Man merkt, die Scheiße ist ausgebrochen. Und, äh, jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst richtig. Pam, peng. Oh, ey. Komm. Das war ja, mies. Das schränke ich mal ein bisschen an. Ja? Zur Belohnung wird das mal gedippt. So. Nicht mehr länger dippen, weil ich muss mich auch was demonstrieren hier noch. So. Hä? Ah, hier haben ja schon ein paar Leute getötet eigentlich. So, du Penner. Du Penner, machst mir ja nix. Da hast du gar keinen. Oh. Du hast deine Hand durchgesteckt. Und, äh, drückenverlängerung in sieben Sekunden. Ähm. Drückenverlängerung in sieben Sekunden? Ich weiß gar nicht, wo ich hinkucken soll. Äh. Ja. So. Und weiter geht's. Oh. Ja. Genau. Genau. Alter, was ist das für ein Film? Da bringt ihr mich was um. Alter. Ohne Spaß. Alter, wie schwer das ist. Naja, ich komme zu euch nicht. Doch nicht. Ja. Oh. Ja, das ist ja auch früher gestanden. So, dann machen wir ihn mal weg. Nein, komischer Kopf. Na ja, gut. Ich würde mal sagen, die Zeit ist langsam rum, ne? Und wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Und, äh, wir sehen uns denn nicht, äh, spätestens nächsten Freitag wieder in der nächsten Folge von, äh, das Horror-Schießen. Horror-Schießen heißt das. Okay. Und, äh, ich würde mal sagen, das war Doom 3. Wenn ihr Bock habt, das weiterzusehen, dann schreibt mir doch mal, sagt, denn, ja, Doom 3 super top. Ja, super like das Video vielleicht mal. Och, den voll like geil. Und, äh, ja, für einen, ich würde mal sagen, nee, was, passt mal auf. Pass mal auf, wir machen das so. Wenn ihr das Video liked, dann weiß ich so, ja, ihr wollt Doom weitersehen. Wenn ihr das Video disliked, dann sagt, ich weiß, weiß ich so, nee, Doom ist okay, aber lass mal was anderes spielen. Vielleicht finden wir ein besseres Spiel. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann bis spätestens nächste Woche Freitag. Also, haut rein. Ich war der Wilms und Zombies. Ciao. Ciao. Ciao.